Wie ich für meinen neuen Laptop gespart habe. Hey, hallo! Wow, hast du einen neuen Laptop? Der sieht ja toll aus. Hey Sarah, danke, ja, ich habe ihn mir vor kurzem gekauft. Das ist das neueste Modell dieser Marke. Oh, das hört sich teuer an. Darf ich fragen, wie viel du dafür ausgegeben hast? Ich habe 900 Euro dafür bezahlt. Wow, das ist aber echt viel Geld. Ja, da hast du recht. Aber ich wollte diesen Laptop um jeden Preis haben. Darum habe ich jeden Monat ein bisschen Geld zurückgelegt. Ich habe zum Beispiel weniger Geld für Kleidung oder fürs Ausgehen ausgegeben. Das klingt vernünftig. Es fällt mir aber sehr schwer, Geld zu sparen. Am Monatsende ist fast gar nichts mehr von dem Geld übrig, ohne dass ich mir etwas Kostspieliges gegönnt habe. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Probiere mal eine App, um deine Finanzen im Blick zu behalten. Sie hilft mir zu sehen, wo ich mein Geld ausgebe und wo ich sparen kann. Eine App? Welche App benutzt du denn? Ich benutze Money Control. Die ist kostenlos und sehr einfach zu bedienen. Das klingt super. Ich werde mir die App mal anschauen. Danke für den Tipp. Kein Problem. Ich finde es wichtig, sein Geld gut zu verwalten. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als am Ende des Monats kein Geld mehr übrig zu haben. Ja, das ist sehr unangenehm. Ich sollte mich definitiv mehr um meine Finanzen kümmern. Weißt du, es hilft auch, wenn man sich ein Ziel setzt. Zum Beispiel, dass man bis zum Ende des Jahres genug Geld hat, um in den Urlaub zu fahren. Das ist eine gute Idee. Ich denke, ich werde mir auch ein Ziel setzen. Jetzt muss ich leider los. Ich habe mich mit Petra verabredet, ins Kino zu gehen. Danke für deine Tipps, Lena, und genieß deinen neuen Laptop. Gern geschehen, Sarah. Viel Spaß. Vielen Dank.